Thema Kühlerfroschschutz. Ich weiß, das sieht hier aus, als würden wir heute hier eine Cocktailbar betreiben. Nein. Und in dem Forum und unter den Kommentaren wurde es ja auch erfragt. Und beim Aufbau ist mir selber dann auch aufgefallen, dass das Thema sehr groß ist. Ich versuche hier jetzt nicht zu sehr ins Detail zu gehen, weil es nämlich sonst arg zu verwirrend wird. Und wenn wir Grundkenntnisse, die euch vielleicht dann helfen und interessieren könnten, versuchen wir hier dann halt zu bereden. Und dann fangen wir mal erstmal wirklich von vorne an, die eigentliche Aufgabe des Kühlwassers. Und gehen dann halt zum Schluss hin und sehen dann, wie lang das Thema dann wird. Gut. Also, wie es der Name schon sagt, Kühlwasser, ist es wirklich halt dazu da, den Motor zu kühlen, die Wärme aufzunehmen und dorthin zu transportieren, wo ich sie entweder über den Motorkühler abgebe, an die Umwelt in dem Sinne, oder halt in Innenraum über eure Heizung. Das ist die primäre Aufgabe. Die sekundäre Aufgabe, und die ist im Grunde genommen eigentlich wichtiger, oder sagen wir mal gleich auf, nur das wissen halt die wenigsten, ist es, den Motor von innen vor Korrosion zu schützen. Und wie ihr hier schon seht, es gibt unterschiedliche Farben. Aus gutem Grund. Ihr habt da draußen unterschiedlichste Motoren, von Graugussmotoren über Vollaluminium und Kombinationen daraus. Und jeder Hersteller gibt andere Normen raus. Vereinfacht gesagt, könnt ihr das ungefähr so sagen, wie ihr fahrt zur Tankstelle und ihr seht mehrere Sorten Kraftstoff. Ich versuche es nicht so kompliziert zu machen. So, fangen wir mal an hier bei den gelb-grünen, unsere Oldschool-Freunde. Es gibt noch Hersteller da draußen, die heute noch damit unterwegs sind. Die VAG, VW-Leute da draußen kennen das auch unter dem Namen G11. Da wir schon mal drauf angekommen sind, bei den meisten Ausgleichsbehältern steht oben drauf die Norm, die ihr braucht. Das ist eine Buchstaben-Zahlen-Kombination. Und in dem Fall hier G11. Wie gesagt, älteres Semester. Dann haben wir hier die OTC-Variante, was dann halt in dem Falle G12 war. Das war so Baujahr rum 2012 rum. Nagelt mich jetzt nicht auf ein Jahr fest. Da kam das auf den Markt. Hier, jetzt fangen wir mal erstmal mit den dunkelblauen. Da sagen die meisten BMW und Mercedes-Fahrer, das kenne ich, ja, ist korrekt. Das ist das, was für diese Modellreihen dann halt benutzt worden ist. Und darüber hinaus sehen wir hier Evo. Und Evo ist ein Alleskönner, der Freigermatt, die ich in jedem Motor fahren darf. So, jetzt explizit dazu. Die erste Frage. Kann ich diese Farben blind untereinander mischen? Nein. Ganz klar, nein. Ihr könnt jetzt nicht dahergehen und irgendwo den Grünen in euren Golf 8 einfüllen und hoffen, Frostschutz ist Frostschutz. Das geht gut. Gut ist nicht. Das funktioniert absolut nicht. Die Anforderung, die ich damals bei diesem Frostschutz hatte, ist ganz was anderes, was ich heute halt brauche. Und dazu jetzt erklärt, wieso. Nun ja. Auch wenn es Kühlwasser heißt, es geht nicht ausschließlich darum, zu kühlen, wie ich schon sagte, auch vor Korrosion zu schützen und auch zu schmieren. Das hier ist jetzt zum Beispiel halt eine Wasserpumpe. Die Wasserpumpe hat natürlich auch ein Lager. Und dieses Lager muss geschmiert werden. Und das, diese Aufgabe bei jedem dieser Motoren übernimmt, das Kühlerfrostschutz. Unterschiedliche Materialien, unterschiedliche Normen. Das heißt, für jeden Motor habe ich halt Spezifikationen, was ich brauche, um halt zu gewährleisten, dass das hier funktioniert. Sollte ich jetzt wirklich dahergehen und so bei einem modernen Auto so einen Oldschool-Frostschutz einfüllen, dann wird der Froschschutz dazu führen, dass die Wasserpumpe reißt und jetzt, also ich reißt, aber halt undicht wird. Und ihr seht jetzt hier, jetzt zum Beispiel bei dem Zahnrad, hier läuft der Zahnrein zum Beispiel drüber. Das ist natürlich dann schon ein erheblicher Kostenfaktor, den wir da haben. Was auch zur Folge hat, dass wenn ihr das falsch auffüllt, das System gespült werden muss. Wie kann ich das kombinieren? Darf ich? Es gibt Ausnahmen. Wir können euch jetzt einmal kurz das Bild einblenden. Und auf dieser Tabelle seht ihr, dass es Möglichkeiten gibt, diese Froschschutzarten untereinander zu mischen. Oder die Freigaben haben, wie zum Beispiel hier der Angeber eines Könner Evo, der natürlich damit prallt, dass er abwärtskompatibel überall aufgefüllt werden kann. Aber ihr könnt euch denken, spezifizierte Alleskönner sind natürlich erheblich teurer als die, die etwas weniger können. Ich persönlich bin wirklich ein sehr großer Freund davon, das jeweils so aufzufüllen, wie es von den Normen, von den DIN-Normen vorgegeben ist. Mischen bin ich kein Fan von. Aber das nur persönlich, wie es jeder Hand hat, bleibt euch dann selbst überlassen. Die Tabelle habt ihr gesehen. Ich hatte ja gerade gesagt gehabt, dass die Wasserpumpe hier geschmiert wird, dass natürlich auch andere Dichtungen von innen gepflegt sein müssen. Und diese Aufgabe übernimmt der Froschschutz auch. Jetzt ist das Mischungsverhältnis da. Und das Mischungsverhältnis, es gibt diese Zahl nicht unter minus 25 Grad. Froschschutz. Manche von euch kennen diese Froschschutzprüfer. Das wird dann gerne im Herbst ein Thema in den Werkstätten, wenn ihr einen Wintertest macht. Dann wird da einmal nachgebrüllt, wie viel Froschschutz habe ich im Kühlsystem. Und das Ideale ist 50-50. Reden wir kurz drüber. Ich erreiche da einen Wert von, ist jetzt übrigens auf der Rückseite der Tabelle, so von minus 37 Grad. Ihr könnt das immer hinten nachsehen. Das ist ein Wert, den ich ungefähr anpeile. Ihr müsst jetzt nicht den Motor komplett leer pumpen. Das könnt ihr sowieso nicht. Das in einen Eimer vormischen und dann einfüllen. Vergesst es. Es ist ein Richtwert. Und minus 25 Grad sollte nicht unterschritten werden. Nicht, weil es draußen mindestens minus 22 Grad kalt wird. Ihr wisst es hier in unseren mitteleuropäischen Regionen, Grüße aus dem Sauerland, passiert das nicht. Das ist einfach nicht der Fall. Was hatten wir dieses Jahr? Ich glaube, minus 14 war das kälteste. Nein. Es geht darum, dass wenn der Froschschutzanteil niedriger ist, dann ist nicht mehr gewährleistet, dass die Wasserpumpe ordentlich geschmiert wird und der Motor ausreichend von innen von Korrosion geschützt wird. Und an dieser Stelle, die Graugussmotoren, da habt ihr das schon mal, dass wenn ihr den Ausgleichsbehälter seht, dann seht ihr wirklich, dass das Frostschutzmittel oder das Kühlwasser rostbraun wird. Wenn das passiert, wenn der Motor anfängt von innen zu korrodieren, entstehen Schäden. Meine Kühlwasserschläuche, Kühlwasserflansche, Thermostatgehäuse, das ist heute alles Kunststoff und es leidet immens. Wenn halt diese ganzen, ich sage es ruhig, Pflegemittel, weil nichts anderes ist das unterm Strich für diese Kunststoffe, nicht ausreichend vorhanden sind, wird es teuer. So, dann können solche Systeme auch undicht werden. Jetzt reden wir mal ganz kurz über Undichtigkeiten. Wenn jetzt wirklich Kühler undicht sind, Wasserpumpen, Kühlwasserschläuche oder Flansche. Da gehen einige daher und benutzen dann solche, ich sage mal, Kühlerdichtungsmittel. Ja, ich gestehe jetzt an dieser Stelle, wir verkaufen das auch. Benutze ich das persönlich? Nein. Das ist eine kurzfristige Hilfe, nur bis zu einem gewissen Grad. Und es richtet genauso einen Schaden an, wie es einen Schaden behebt. Ich erkläre euch sofort, warum. Ein Motor, ein gesamtes Kühlsystem mit anhängender Heizung, das ist kein leeres Fass, wo einfach nur über ein Loch Flüssigkeit nach außen fässt. Ihr könnt euch vorstellen, dass da drin reichlich dünne Kanäle, Mechanik, weite Strecken, mehrere Meter Leitungen in diesem Motor innen drin verbaut sind. Die sind da. Und jetzt schütte ich so ein Mittelchen rein, was kleine Lecks abdichten soll. Gut, das Problem ist, es deckt manchmal nicht nur halt das kleine Leck nach außen ab, sondern deckt mir auch Leitungen innen drin ab. Ich höre jetzt schon wieder Leute, die in die Kommentare schreiben, so ein Kühlwasserschlauch kann unmöglich über so ein Dichtmittel zugemacht werden. Das stimmt. Das passiert nicht. Und einer Wasserpumpe wird es auch egal sein, ob das Mittel da drin ist oder nicht. Vielleicht die Rädchen hier, das wird sich auch nicht zusetzen. Stimmt auch. Was sich zusetzt, kommt mal bitte einmal ran. Das ist ein Wärmetauscher. Den habe ich mal in der Mitte durchgesägt. Der ist dafür verantwortlich, dass hier drin, wenn ihr die Heizung auf warm stellt, dass es warm wird. Diese kleinen Millimeter großen Öffnungen hier. Und das ist wirklich filigran. Das setzt sich wirklich sehr gerne mit Kühlerdicht zu. Es setzt sich aber nicht nur mit Kühlerdicht zu. Es setzt sich auch, was ich euch gesagt habe, wenn der Anteil zu niedrig ist, mit Rost zu. Mit Kalk. Und dann habe ich dann halt die Autos hier, wo es dann heißt, die Motortemperatur ist gut, ist 90 Grad. Und aus der Heizung kommt nur kalte Luft. Ja, der sitzt zu. Ich gehe jetzt nicht daher und tausche den aus, was übrigens auch ein sehr großer Arbeitsaufwand ist. Sondern dann fängst du halt an, mit Kühlerreiniger das aufzufüllen, damit das System wieder einmal gründlich gereinigt wird. Und in Hardcore-Fällen, was oft genug der Fall ist, fange ich dann an, mit solchen Werkzeugen aufzutreten. Das ist dann wirklich Wasserschlauch, Druckluft, Kühlwasserschlauch abnehmen und dann geht es ab, die wilde Fahrt. Und ich verpasse dem Motor von innen eine Druckspülung, damit der gesamte Dreck rauskommt. Sei es jetzt Klebemittel, falsch kombinierte Frostschütze miteinander, weil es kann ja auch sein, dass es eine chemische Reaktion gibt. Oder zu geringem Anteil durch Oxidation. An diesem Punkt angekommen. Kurzen Appell. Ich kenne natürlich Lifehacks-Videos da draußen. Ganz kurz, Kaffeepulver, Spülmaschinentabs, Essig, rohes Ei. Ja, alle diese Dinger habe ich schon im Kühlsystem gefunden, die reingeschüttet worden sind, um Undichtigkeiten am Motor abzudichten. Können wir uns bitte an diesem Punkt darauf einfach einigen, dass alles, was ihr im Kühlschrank oder im Vorratsraum findet, hat nichts im Motor zu suchen. Bitte ignoriert diese Hacks. Macht es einfach. Das ist einfach nur wahnsinnig teuer. Solche Reinigungen sind wirklich nicht ganz kostengünstig. Das kostet nicht gerade 10 Euro. Und abgesehen davon, ich richte damit immensen Schaden an. Von Motorüberhitzungen, jetzt kann ich zu schweigen, und durchgebrannte Zylinderkopfdichtungen. Braucht man nicht weitergehen. Wir haben jetzt also ein funktionierendes Kühlsystem. Ihr achtet darauf, was ihr auffüllt. Ich gehe jetzt an die VAG-Gruppe, weil die VAG sind wirklich dann halt die Größten. G11, G12, Evo. Ich bezeichne das auch gerne dann auch. Unter anderem steht es noch bei G13. Und halt, ich sage mal, meine BMW-Leute. Übrigens, ich möchte jetzt nicht pauschal BMW, weil natürlich manchmal haben die auch Rotes. Ihr müsst wirklich mit dem Fahrzeugschein nachsehen, welche Norm brauche ich. Ich gebe nur halt den Hinweis. Auf dem Ausgleichsbehälter kriegt ihr einen Hinweis drauf. Jetzt zum Thema Mischen. Ich habe es euch schon gesagt gehabt, 50-50. Es ist ratsam, immer mal wieder mal in die Werkstatt zu kommen und einmal mal im Laufe des Jahres, nicht nur im Winter, einmal nachzufragen, wie ist der Frostschutzanteil? Ich erkläre euch jetzt auch wieder, warum. Das sieht zwar ultraflüssig aus, im Vergleich zu Wasser ist es das nicht. Das ist dickflüssiger. Jetzt geht ihr da hin und sagt, okay, ich mische das gar nicht. Ich haue das pur ins Kühlsystem. Dann habe ich auch Frostschutz Ultimo, jenseits der 50 Grad unter Null. Die Wasserpumpe ist geschmiert, der Motor rostet 100% von innen nicht. Ja, das ist korrekt. Ihr habt nur ein riesiges Problem. Es kann sein, dass der Motor zu heiß wird. Und das hat etwas damit zu tun mit der Leistung der Wasserpumpe. Wie gesagt, das hier ist dickflüssiger. Nicht nur der speziell, sondern alle Frostschutzmittel sind dickflüssiger. Das heißt, die Fließgeschwindigkeit im Motor von meinem Kühlsystem wird zunehmend langsamer, je höher die Konzentration davon ist. Das heißt jetzt nicht, wenn ihr Frostschutz habt bis minus 45 Grad, dass ihr, wenn ihr die Schweiz die Berge hochfahrt, der Motor zu heiß wird. Es bedeutet aber, wenn ich überhaupt keinen Wasseranteil darin habe, dann ist es zu dickflüssig und dann habe ich ein Problem damit. Deswegen macht es auch Sinn, über das Jahr hinweg, nicht jeden Monat, aber wenn ihr es zweimal im Jahr prüft, nachzusehen, wie hoch ist mein Frostschutzanteil. Er sollte wirklich nicht zu hoch sein und definitiv nicht zu niedrig. Jetzt haben wir das alles im Auge behalten. Und wir sagen jetzt, ich habe einen Frostschutzanteil von minus 45 Grad. Und es fehlt jetzt ein kleiner Schluck im Ausgleichsbehälter. Was fülle ich auf? Nun ja, bei minus 45 Grad würde ich definitiv keinen Frostschutz mehr auffüllen. Ich brauche es nicht. Machen wir uns nichts fort. Das brauche ich euch da nicht verkaufen. Es ist ausreichend vorhanden. Ihr könntet jetzt dahergehen und einfach blind Leitungswasser auch füllen. Nur die Sache hat ein Problem. Falls einige von euch zu Hause ihre Freizeit damit verbringen, den Wasserkocher und die Kaffeemaschine in regelmäßigen Abständen zu entkalken. Ja, dann könnt ihr euch jetzt denken, wo wir jetzt gerade gelandet sind. Kalk. Es ist tatsächlich ein Problem. Und einige Hersteller, wenn ihr die Bedienungsanleitung nachseht, sagen vom Werk aus, bei uns in den Motoren darf kein Leitungswasser rein. Ich denke mir dann immer, es kommt so ein bisschen auf die Region an. Ihr wisst es selbst, wenn ihr sagt, seit drei Jahren benutze ich jeden Tag den Wasserkocher und der glänzt von innen immer noch und ich muss da nie was machen. Daumen nach oben, alles tut die, ist okay. In der Region, wo ich wohne, ich muss einmal im Monat den Wasserkocher von innen einmal mit einem Kalker bearbeiten, weil halt die Kalkrückstände einfach da sind. Und in dem Fall müsst ihr tatsächlich destilliertes Wasser benutzen. Wir nehmen jetzt gerne mal einmal unsere Freunde vom BMW, die von sich aus bei den neueren Modellen auch dann halt sagen, bitte unseren Kühlervorschutz nur in Kombination mit destilliertem Wasser. Auch weil die Kühlkanäle im Zylinderkopf so dünn gefräst sind, dass die schlicht und einfach keinerlei Kalk vertragen können. Das bedeutet auch da, dass es partiell zu einer Überhitzung kommen kann. Und dann sollte wirklich bei denen, wenn es der Hersteller vorgibt, füllt dann halt destilliertes Wasser auf. Wenn ihr in einer Region unterwegs seid, wo ihr satt, Leute, das Brunnenwasser bei mir, das hopft von den Palmenblättern ab und es hat keinen Kalk. Alles gut, dann könnt ihr es nehmen. Ich bei mir zu Hause persönlich weiß dann, keine gute Idee. Okay, so, jetzt zum Abschluss. Ihr könnt euch denken, wenn ich über Korrosionsschutz rede, über im Grunde genommen Weichmacher, die meinen Kunststoff geschmeidig halten, über Schmiermittel, die die Wasserpumpe pflegen und natürlich halt auch gegen chemische Reaktionen stabil sind. Und da könnt ihr euch denken, dass das hier, das ist keine Limonade. Das ist pure Chemie. Und mit anderen Worten, hochgradig, giftig. So, wir in der Werkstatt, wir arbeiten denen entgegen. Wir benutzen zum Beispiel halt solche unsichtbaren Handschuhe, womit wir natürlich unsere Hände eingrehen und dann halt einen Schutz dagegen haben. Findet ihr natürlich auch im Shop, in allen Varianten. Und das ist wirklich notwendig. Es ist jetzt nicht dramatisiert. Ihr werdet natürlich, wenn ihr den Finger reinhaltet, nicht an einer toxischen Vergiftung jetzt, bam, ihr Lichter. Nein, das nicht. Aber was ich jetzt auch sage, stimmt. Weil, wenn ihr jetzt zu Hause selber eine Wasserpumpe wechselt oder ein Kühler, es gibt viele Bastler da draußen, und ihr gelangt in Kontakt mit Frostschutz, die Hände sind schön damit durchgedrängt, ihr wascht euch die Hände nach der getanen Arbeit und alles ist gut, dann denkt ihr, es passt. Nein. Das ist, wie gesagt, pure Chemie. Und es dringt in die Haut ein. Baut der Körper das ab? Ja. Damit ihr mal eine Zahl im Kopf habt, wenn ihr schön eure Hände in Frostschutz badet, braucht euer Körper anschließend fast ein Jahr, um das hier in den Fettzellen in eurer Haut abzubauen. Ihr habt richtig gehört. Er braucht ein Jahr. Das ist Gift. Und wenn ihr so einen unsichtbaren Handschuh oder solche Pflegeprodukte nicht habt, ganz ehrlich, solche Einweg-Handschuhe in der Küche unter der Spüle hat jeder. Ich weiß, einige wollen das jetzt nicht hören und sagen, ich brauche das nicht. Ich kann es euch nur dringend raten. Wenn wir da jetzt schon dabei sind und ich euch erkläre, dass das hier giftig für euch ist, dann könnt ihr euch natürlich auch denken, dass wenn ihr solche Arbeiten zu Hause macht, dass das hier nichts, aber auch gar nichts im Grundwasser zu suchen hat. Das bedeutet, es darf nicht ins Waschbecken gekippt werden oder in die Toilette oder in die Regenrinne. Ist mir völlig egal. Das hat da nichts zu suchen. Punkt. Wenn ihr sowas selber arbeitet zu Hause, dann fangt das bitte auf, füllt das wieder in einen Behälter und bringt es dann halt an die Entsorgungsstellen. Wir nehmen Froschschutz auch wieder zurück. Wir haben auch ein paar Kunden, die sind da wirklich vorbildlich. Großes Lob an die alle, ganz ehrlich. Die dann kommen und in einen Behälter dann halt den alten Froschschutz haben. Wir sammeln das separat auf und dann geben wir das auch zur Entsorgung weg. Bitte nicht ins Waschbecken kippen, weil da hat es überhaupt nichts zu suchen. So. Und seit kurzem werden einige von euch bei einigen Hybridfahrzeugen es schon gesehen haben, dass es Ausgleichsbehälter gibt. Grüße an Cupra. Die haben eine Verblombung, eine Sicherheitsverblombung am Ausgleichsbehälter. Na ja, ihr habt gerade schon so unterschwellig gerade mitbekommen, dass ich sagte, dass Kaffee, Essig und so weiter. Ja, damit hat das jetzt nichts zu tun. Aber warum ist die Blombe da? Das ist jetzt nicht, dass die jetzt nicht einem jetzt nicht zutrauen, dass ihr nicht lesen könnt und das Falsche auffüllt. Und der primäre Gedanke, warum an diesem Ausgleichsbehälter diese Sicherheitsblombe ist, ist ganz einfach, wenn der Kühlmittelstand an diesen Autos fällt, dann ist das Risiko da, dass eine Undichtigkeit vorhanden ist, die gegebenenfalls in Kontakt mit der Hochvoltanlage der Fahrzeugbatterie, die den E-Antrieb antreibt, in Kontakt steht. Das heißt, mit anderen Worten, es kann sein, dass dieses Kühlwasser unter Spannung steht. Ihr könnt euch denken, was passiert, wenn ihr einen Stromschlag bekommt. Aus dem Grunde sind diese Ausgleichsbehälter verblombt. Wenn an diesen Fahrzeugen der Kühlmittelstand fällt, dann ab in eine Fachwerkstatt, dann wird die Anlage stromlos geschaltet und dann darf dieses System aufgemacht werden. Und dann wird auch erstmal nach einer Undichtigkeit gesucht und ob da ein Fehler vorliegt. Deswegen, falls einige sich von euch wundern, ich habe das Auto gekauft und warum darf ich den Behälter jetzt nicht aufmachen, Das ist der Grund. So, ich hoffe, es war jetzt nicht zu auspuffernd, aber ich versuche es jetzt noch einmal kurz zusammenzufassen. In knappen Worten. Wir haben unterschiedliche Frostschutze, weshalb wir auch unterschiedliche Farben haben. Ja, es gibt Frostschutze, die kann ich miteinander kombinieren. Noch einmal bitte kurz die Liste einblenden. Danke. Ihr solltet darauf achten, dass der Frostschutzanteil nicht zu hoch ist und auch nicht zu niedrig, weil das Kühlmittel mehr zu tun hat, als nur die Kontrollleuchte auszuschalten in eurem Kombinstrument. Und ihr solltet wirklich bedenken, dass das ihr ganz einfach giftig ist. Tiefer in die Materie zu gehen, macht jetzt wirklich gar keinen Sinn. Ich danke euch fürs Zuschauen, wenn ihr bis jetzt noch durchgehalten habt. Ich weiß, es war heute ein langes Video. Danke dafür, dass ihr durchgehalten habt. Und falls ihr wirklich Fragen habt, welchen Frostschutz brauche ich für mein Auto? Ich sehe da keinen Code auf dem Ausgleichsbehälter. Oder wie hoch ist der Frostschutzanteil in meinem Auto? Fragen bezüglich der Sorten? Schreibt uns eine WhatsApp, ruft uns an, Fahrzeug scheint zu Hand und wir helfen euch da. Und wenn ihr sagt, ich möchte wissen, wie hoch der Frostschutzanteil an meinem Auto ist, dann kommt hier vorbei. Wenn ihr von weiter weg kommt, fahrt da in eine Werkstatt in eurer Nähe. Das ist auch kein Problem. Von uns gibt es schon genug überall verteilt. Und dann seid ihr eigentlich diesbezüglich gewappnet. Kühlmittelpflege ist tatsächlich wichtig und kann teure Reparaturen zufolge haben. Deswegen bitte nicht einfach in einen der großen Supermarkthandelsketten irgendwas da aus dem Regal nehmen, weil es gerade billig ist, und ins System einfüllen. Das kann funktionieren, aber es kann auch einen ziemlichen Rattenschwanz an Problemen nach sich ziehen. Also nochmal, danke fürs Zuschauen. Vielleicht sieht man sich. Ciao.